yo servus leute seite herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal leute wir reagieren auf jumper sammler tag 32 egal wie hoch offische visualizer englisch ist da ich bin auch gespannt wir gehen natürlich ganz kurz in die infobox leute ball hat mir weitere vorschläge rein ich kann ja schon mal sagen auf was ich bis jetzt reagiert habe ich weiß nicht wie ich die reihenfolge mache leute aber auf jeden fall az shirin merced dann was türkisches kontrakt ali 471 sammler jumper ihr wisst bescheid ball hat immer weitere vorschläge in die kommentare wir gehen natürlich ganz kurz in die infobox so mix ist von jumper master ist von lexbake videos von checker design und next hype ok ich bin aufgespannt mal gucken wie das ganze wird jetzt go jumper make jump sage ich nur dazu zu seinem voice tag wir gehen hoch wir haben ein kein video aber wenigstens so ein visualizer am start das war ja gerade unerwartet von also an sich das war gerade unerwartet erstmal wo war voice tag von jumper und direkt dass jeder direkt los plus punkt save plus punkt los ist auch direkt die hook und zwar rolli aber ich habe keine zeit wenn ich im lamborghini über guter mei mein herz ist geil doch ok 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 also sandra und takt 32 gemeinsam auf dem song gab es das schon mal ich glaube ich glaube nicht ich glaube nicht boah der beat fetzt der beat muss ich sagen der fest schon mal zusammen da kann ich gerade noch nicht so viel sagen so gerade so packt es mich noch nicht es packt mich gerade noch nicht aber der beat hat einen nice nice vibe so wenn ich im lamborghini über guter mei mein herz ist geil die bildschweben mir egal wie viel auf dem konto vielleicht komm ich morgen schon gott holen ok es ist mehr so ein ja drippiger beat kann man nicht so wirklich sagen aber der beat ist auf jeden fall schon ein bisschen anders samra auf so einem beat zu hören ist auch ungewohnt ist auch so ein bisschen ist schon ungewohnt viel wacht denn ich schlafe ich wie london bin im ghetto wie big oder shanko und bretter 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 im lamborghini urus egal bei welchem wetter ok 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 jetzt kommt jetzt gefällt er mir auf jeden fall schon besser ich bretter 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 im lamborghini part kommt auf jeden fall schön rein die hook muss ich nochmal hören leute um was sagen zu können wir leben muci gusto gangster wie frank lucas schon wieder nase zu bruder gib mir 6 super baller in rangy nach malibu weit auf als surja die bitch ist aufs beat der beat ist so 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 nice ich sag mal so es packt mich nicht 100% auf dem beat samra aber es ist schon nice es ist schon nice so es ist für mich so noch wirklich öfter hören muss um sagen zu können ob ich die nice finde deswegen wollte ich die jetzt noch unbedingt einmal hören bevor ich was richtiges dazu sagen kann ok doch also ich muss sagen je mehr je öfter ich höre desto mehr gefällt es mir auf jeden fall kennt ihr das manchmal eine hook die fühlst einfach beim ersten mal nicht das war gerade der fall aber je öfter du es einfach hörst desto mehr fühlst du es das ist gerade der fall mein herz ist geil die bitch lieben mir ein seh mich ungebremst an die kreuz und fahr'n mit nem band aus den 90ern mach mir nicht auf adab janni oder walla janni weil du turi in kreuzberg warst guck mal ich sag euch ganz ehrlich tag 32 ein bisschen jetzt gerade gehört und ich muss sagen der beat ist mehr was für ihn als für samra der beat ist mehr was für ihn als für samra so ok ich bin aber jetzt auch sehr auf seinen part gespannt rv weiß aber schwarzes herz gold an den wänden wie dagobert lauf in die schicke ria mit bei gypsy brüdern so als wenn aus meinem laden wär 6,5 berlin hier ist ah digga der drippt schon nice tag 32 kommt schon sehr sehr nice gerade auf den auf den beat auch ein nicer beat an sich großem ganzen habe ich nichts krasses auszusetzen jungen ich mag das wenn man flext aber so ein bisschen kreativer ist dabei weißt du nicht einfach ich habe das und das und das zum beispiel die zahnarzt line oder so so bisschen kreativere lines sind auf jeden fall nice und das was ist hier schon schon der fall doch digga dieses roly ice ist das hat schon orwum also orwum potenzial ist da ist da ist da ist da doch doch so also fazit abgeliefert abgeliefert wenn ich im lamborghini über kuda meint mein herz ist geil doch die bitch neben mir heiß valentino kleid ich hol dir da ok wir können es kommt noch einmal die hook rein es kommt noch einmal die hook rein wer hat hier warte mal wer hat hier jumper lexbar okay videos checker design ey und next hype ihr habt was nice gemacht davon zwei roly ice aber ich hab keine zeit wenn ich im lamborghini über kuda meint mein herz ist geil ok leute das war's ballert mir weitere vorschläge rein könnt mir gerne reinschauen wie ihr den song findet ich muss sagen parttechnisch hat mir takt 32 besser auf den beat gepasst als samra ja ansonsten machts gut haut rein und ciao MDR